hallo liebe leute endlich ist es soweit nach langer wartezeit können wir euch endlich das amg monopoly präsentieren ein echtes neues highlight aus der mercedes benz kollektion und heute machen wir über dieses produkt ein kleines unboxing das spiel kommt in dieser tollen kleinen quadratischen box finde ich wirklich super weil die box hatte tolle größe und die kann man dann nämlich auch schön auf reisen mitnehmen wir haben hinten noch mal das komplette spielbrett mit allem abgebildet und eben auf der vorderseite ganz schön toll monopoli mit amg und natürlich bilder von der aktuellen amg flotte wir haben das ganze hier schon mal einmal für euch aufgebaut bisschen ausgestellt kommt her wir schauen uns zusammen an das spielfeld ist natürlich wie man es gewohnt ist ganz klassisch im monopolistil aufgebaut auch hier finden wir ganz normal start und ziel das gefängnis und frei parken aber alles andere ist natürlich komplett auf amg getrimmt nämlich statt wie es gewohnt seid mit straßen oder häuser zu kaufen habt ihr hier die möglichkeit verschiedene amg modelle zu erwerben und eben dort garagen oder rennstrecken dann um geld zu verdienen aufzubauen auch alles weitere vom geld über die spielkarten über die ereigniskarten ist alles auf amg getrimmt wir geben euch jetzt einmal eine kleine impression zum spielbrett also seid gespannt da ich leider keine zeit habe eine runde zu spielen ist es überhaupt gar kein problem wir haben das ganze für euch im haus in emding einmal ausgestellt ihr könnt natürlich gerne vorbeischauen und das ganze mal bei uns anschauen und natürlich auch mal anfassen und zu schauen wie toll das ganze ist falls ihr natürlich frage anregungen habt meldet euch gerne bei uns schreibt gerne in die kommentare auch ein kleines feedback wie findet ihr die idee wie findet ihr das ganze schreibt uns gerne ich wünsche euch alles gute vergesst uns natürlich nicht zu liken um zu abonnieren euer niklas vom autohauschmolk